Hallo und herzlich willkommen zu Schuhpassion TV. Heute widmen wir uns der Pflege der Ledersohle, die sonst ja wenig Aufmerksamkeit erfährt. Ich zeige, wie man Ledersohlenöl richtig anwendet. Wenn wir den Untergrund geschützt haben, unseren Tisch mit Papier oder Pappe oder Zeitung, dann kann es auch losgehen. Wichtig ist aber noch, und das sollte man sich in Erinnerung rufen, die Sohle muss schon ein wenig aufgeraut sein. So wie in diesem Fall bei diesen Schuhen, die ich heute mit dem Öl behandeln werde. Die ist ein bisschen eingelaufen auf dem Asphalt und hat sich schon noch ein bisschen verdichtet, ist halt aufgeraut. Anders halt, wenn die Schuhe direkt frisch aus der Manufaktur kommen, dann ist hier unten drunter noch das schöne Finish. Es ist spiegelglatt. Jeder, der schon mal frische Ledersohlenschuhe angezogen hat, weiß es, dass man am Anfang noch sehr rutschig unterwegs ist. Das würde jetzt hier nicht allzu viel bringen. Das Öl würde halt hier noch nicht seine Wirkung entfalten können. Deswegen wichtig, erst einmal die Schuhe ein wenig eintragen, ruhig eine Woche, und dann kann es losgehen, dass man das Ledersohlenöl aufträgt. Ganz, ganz, ganz wichtig, vorsichtig damit vorgehen. Das Ledersohlenöl, deswegen nicht nur der Schutz der Umgebung, sondern auch der Schutz des Schuhs ist wichtig. Es ist ungemein wichtig, dass man nicht mit dem Öl quasi Schindluder trägt, zu viel nutzt. Wir hatten früher, standen hier drauf, auf der Flasche stand drauf zu lesen, dass die Sohle bis zur Sättigung zu nähren ist. Bis zur Sättigung zu nähren ist dann halt Auslegungssache. Ich habe schon Schuhe bei uns gesehen, die zurückgeschickt wurden, die mit Ledersohlenöl behandelt wurden, wo das Öl bis hier oben reingezogen ist in den Schaft. Und dementsprechend hier die halbe Flasche verarbeitet wurde in ein paar Schuhe. Und das war dann definitiv zu viel. Aber seiner Meinung nach, Kundenmeinung nach, war halt der Schuh noch nicht ausreichend genährt. Das ist sehr, sehr wichtig zu beachten. Dünn auftragen, einwirken lassen, nochmal dünn nachtragen und dann ist es okay. Wenn man zu viel raufgibt, dann geht es hier einfach in die Naht rein. Dann ist der Rahmen irgendwann voll. Also zuerst ist die Ledersohle getränkt damit. Dann ist der Rahmen getränkt mit dem Öl. Und wenn das alles schon getränkt ist, dann sucht sich das Öl seinen Weg und zieht halt in den Schaft rein. Ist der Schaft erstmal betroffen vom Öl, dann war es das gewesen. Dann kann man den Schuh entweder fortan mit wunderschönen Ölmustern tragen oder man kann ihn dann halt wegschmeißen. Rausbekommen wird man diese Ölflecke definitiv nicht mehr. Für die Anwendung empfiehlt sich ein Pinsel. Und das ist es auch schon. Und dann kann es losgehen. Man muss halt vorsichtig sein am Rand, dass man halt nicht rüberkommt, um aufs Oberleder unabsichtlich rauf zu gelangen. Und halt nicht weniger als mehr ist auch hier wieder Devise. Und ansonsten können die ganzen Teile wunderbar damit bestrichen werden. Ich fange einmal an. So, mehr würde ich am Rand nicht machen. Vorsichtig, in der Mitte ein bisschen mehr zum Rand hin sparsamer werden. Und dann sollte man jetzt auch ganz gut sehen, wie sich das dunkel verfärbt hier. Der erste Tropfen ging schon daneben. Das wäre jetzt im schlimmsten Fall mein Fleck auf der Couch, der dann für die Ewigkeit dort festsitzen würde. Okay, das ist der erste Durchgang vom ersten Schuh. Da würde ich den zur Seite legen. Seitlich lagernd, dass dort Luft rankommt, dass das Öl einziehen kann, einwirken kann und dann mit dem anderen Schuh weitermachen. Übrigens auch sehr, sehr wichtiger Hinweis bei der Anwendung des Ledersohlenöls. Sollten die Schuhe verklebt sein, also sollte unten die Sohle, die Ledersohle aufgeklebt sein, dann ist unbedingt von der Ledersohlenölverwendung abzusehen. Also bitte kein Öl verwenden, wenn eure Schuhe eine geklebte Sohle haben, weil das Öl die Klebeverbindung auflöst und ihr dann ziemlich rasch ohne Laufsohle dasteht, weil die sich dann halt lösen wird. Noch ein Hinweis, der Chef von der Rentenbach-Gerberei sagt selbst, dass seine Ledersohlen das nicht benötigen, kein Ledersohlenöl benötigen, weil die halt schon mit den Gerbstoffen so weit durchsetzt sind, dass dort eine höhere Abriebfestigkeit und eine höhere Wasserwiderstandsfähigkeit gar nicht mehr möglich ist. Es schadet Ihnen sicherlich auch nicht, aber man muss es dort auch nicht anwenden. Okay, jetzt ist der zweite Schuh damit eingepinselt worden mit dem Öl und jetzt schaue ich mir den ersten an. Ja, der könnte jetzt noch ein wenig vertragen, also wiederhole ich den Vorgang noch einmal. Und immer vorsichtig. Ich kann es nicht oft genug betonen, weil das ist das ganz große Manko. Ich hatte eingangs schon erwähnt, dass in dem Beschreibungstext halt stand bis zur Näherung auftragen. Wir haben dann darauf eingewirkt, nachdem wir doch viele Fälle hatten, wo sich Leute dann halt nicht ganz klar kamen mit der Anwendung, dass man halt sagt, ein zweimaliger Auftrag und dann ist es auch gut. Und dann eintrocknen lassen und dann ist es okay, bis zum nächsten Auftragen. Okay, das war es erst einmal. Und dann sollten die Schuhe mehrere Stunden liegen bleiben, trocknen. Im Idealfahr dann gerne auch, macht man es halt am Abend und setzt sie am nächsten Morgen dann wieder ein. Wir zeigen gleich, wie es weitergeht, wenn die Schuhe halt fertig sind. Aber dementsprechend gerne unbedingt mehrere Stunden erst einmal einwirken lassen und auf keinen Fall direkt loslaufen. Das könnte dann nach hinten losgehen. Es sind jetzt einige Stunden vergangen und das Öl hatte genügend Zeit gehabt, in unserem Falle waren es drei Stunden, um genau zu sein, einzuziehen in die Ledersohle. Es ist jetzt alles abgetrocknet. Ich zeige es nochmal in die Kamera. Es ist halt, die Ledersohle hat eine dunklere Färbung angenommen. Das ist okay. Die Sohle riecht leicht nach dem Öl. Das ist vielleicht so ein kleiner Hinweisgeber. Wenn es halt diese leichte Nuance von dem Ledersohlenöl ist, dann ist alles okay. Wenn das richtig bestialisch nach diesem Öl stinkt, ist vielleicht schon so ein kleiner Marker. Oh, hier war vielleicht doch ein bisschen zu viel Öl im Spiel. Also die Schuhe sind jetzt super vorbereitet und können jetzt getragen werden, wieder auf der Straße. Es ist halt, die Abrieffestigkeit wurde erhöht und sowohl als auch die Widerstandsfähigkeit gegen Feuchtigkeit. Das ist es auch schon. Ich würde es diesen Vorgang wiederholen, alle so faustformelmäßig sechs Wochen. Vielleicht in der warmen Jahreszeit würde ich es vielleicht noch acht Wochen erhöhen. und in der nasskalten Jahreszeit so zwischen sechs bis vier Wochen, vier bis sechs Wochen wiederholen diesen Auftrag. Mehr ist gar nicht nötig. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Falls so, gebt uns bitte gerne einen Daumen nach oben oder abonniert unseren Kanal für weitere Videos aus der Welt der Schuhe. Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen.